Also, ich habe hier gerade was entdeckt. Es handelt sich hier um eine besondere Spezies des Boulderers. Er putzt tatsächlich seinen Griff, dass ich sowas noch erleben darf. Man muss aufpassen, dem Alpha-Boulderer ist es sehr wichtig, dass er seine Ruhe hat und nicht gestört wird. Deswegen dürfen wir nicht irgendwas... Oh, jetzt. Nein, nein. Letzte Bilder von ihm. Unglaublich. Ich habe es gesehen.